So Leute, da bin ich wieder und... Ja, äh... Balance, haaa... Motivation... Na gut, machen wir erstmal Balance... Aber ich will noch was trinken... Bis gleich... Wenn man das sowieso sieht... Ja, 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 ja... Los... Wir waren los... Rammstein, los... Ohohohohoho... Schweigenabend... Hm... So ist gut... So... So... Hm... So... 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 Alter... Das geht noch hin... Zack... 25... Nein... Verdammt... Warum... Alter... Ja, genau... Genau... 31... Ne... Ja, das brennt... Warte mal, ich fass mal da unten hin... Warte mal... Warte mal... Warte mal... Warte mal... Geht... Geht das? Geht das? Geht das? Geht... Geht das? Oh Scheiße... Ich fass mal da unten hin... Ah... Scheiße... Es ist heiß... Ah... Verdammt... Ah... 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 Heiß... Hm... Da kann man sich die Hände verbrennen, ey... Ah... Ist doch blöd... Ah... Ah... Ja... 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 Pfff... Alter... Fürs Schwein... Mal Aschenbehe wegschieben hier... So... Sandsturm... Das mag ich eigentlich gerne... Ist schön chillig... Auch wenn man Zeitberenzung hat... So... Wenn man das... Dann mach ich mal das... Dann mach ich das schon mal weg... So... Hm... So... 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 Das erste Artefakt haben wir schon mal... Ähm... Hm... Das ist ja das zweite... Aber das kriege ich nicht so einfach... Oh... Glück gehabt... Das ist ja super... Was ist das? Dann machen wir das mal so... Dann haben wir das dritte Artefakt... Das Ange dürfte hier oben sein... Hm... Dann machen wir das mal so... So... Hm... Hm... Der hoch... Der hoch... Der hoch... Der hoch... Der hoch... Der hoch... Ha... Halt's Maul... Ich... Mach grad die Muckel mit... Weil die... Find die so geil... Ich muss da oben hinkriegen hier... Na oben... Da ist doch... Ja... Na... Sag es... Ja... Gut... Stratamax... Räume 170 Steine in 20 Zügen ab... Mal wo da... Yep... Wird schwierig... Hm... Ich muss natürlich Spezialsteine kriegen... Oder so... Geht auch... Ach bin ich besch... Einmal könnte ich mich selber schlagen... Das... Schon mal gut... Oh... Ja... Bah... So muss das sein... Ach Züge... Kann aber knapp werden... Hm... Aber find die Musik schön... Ah... Die Musik... Ein Dings... Ja... Ich... 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 Ich sch... Ich schnüffel gerade, weil... Ich war gerade... Ein Ei legen und... Ich habe so eine Brise One Touch... Und das rieche ich bis hier her... Ist ähh... Ist sehr gut... Soll aber keine Werbung sein... Alter, dein Vater. Wenn ich das mal kaputt machen könnte, ne? Dann würde es ja auch gehen. Aber es geht halt nicht. Hey, du hast verloren, du bist ein Loser, ne? Höh. Ich hol mir mal ganz schnell ein Getränk. Bis gleich. Ich muss das dann laufen lassen, wie der Camp. Oh. So, dann bin ich mir. So, warte mal. Warum mache ich das eigentlich? Ihr habt das ja schon gesehen eigentlich. Naja. Machen wir das nächste Stratterman... Hehehe, habe ich ja noch nicht, habe ich ja nicht geschafft. Ähm. Ist das schon mal gut? Das auch? Das auch? Hm. Kriege ich auch mal ein Vierer. Ich könnte ausrasten, aber na gut. Das geht auch. Ich hoffe, wenn ich spreche, dann merkt man nicht, dass ich mal so, so, sabber aus dem Maul, so. Ich hoffe, das merkt man nicht, warte mal, ich muss mal, so. Weil ich glaube, das ist ja so laut, was ich hier mache. Ähm. Ich hoffe, das merkt man nicht, weil, kann ja ein HD aufnehmen, die Kamera, ne? Ich hoffe, das merkt man nicht, so. Ich wollte auch mal sagen, ähm, ihr wisst gar nicht, ja, was ich für euch auch, äh, durchmache gerade. Weil, ähm, weil, ähm, die Kamera da, die, ähm, Ja, da habe ich halt, der Monatsgehalt würde ich jetzt nicht sagen, aber, ja, ich kriege ja ein gewisses Entgelt im Monat. Und da habe ich halt, und davon habe ich halt, ähm, die Kamera bezahlt. Ja. Welchen haben wir heute? Wir haben heute den 12. Also, den 12. Also, den 12. haben wir heute. Ähm. Und, ich habe noch 60 Euro. Damit muss ich leben, noch. Essen, trinken, rauchen. Ah, was ich für euch noch mache, was ich für euch durchstehen muss, alter. Ja, das ist, äh, das ist, äh, das ist nochmal ein Like wert, oder? Was? Muss spezial, ja, denke ich. Als wäre ich das nicht wissen würde. So. Dann machen wir das mal so. Dann so. Oh, sehr gut. Dass man die nicht miteinander kombinieren kann, ist doch blöd. Ich weiß nicht, wer kennt alles, ähm, wer kennt eigentlich alles, ähm, na, von Facebook jetzt hier, wie heißt es, Candy Crush, Saga. Da kann man so eine Spezialstein miteinander kombinieren, aber hier kann man das nicht. Es, äh, wäre mal eine Innovation, wenn ihr das so, zum Beispiel im Bejeweled 4, wenn die das da so machen könnt. Würde mich freuen, auf jeden Fall. Ich freue mich auch gerade, dass es flüssig läuft, weil ich nur jetzt auf eine andere Festplatte auf, weil das doch sehr geleckt hat und umso weniger es leckt, umso weniger Arbeit habe ich im Nachhinein und war das nicht so gelitten schwer? Alter, ich habe nur 35, oh, ich laber hier und ich habe nur 35 Sekunden, alter, das kann doch nicht werden. Ja, dein Vater. Ah, noch ein Würfel? Warum? Na gut, äh, ist nicht schlecht, aber, boah, bringt mir nicht viel. Ja, es bringt mir nicht viel. Es bringt mir echt nicht viel. Es ist echt blöd. Da hängt zwar, na egal. Hätte mir eh nicht viel gebracht. Hätte zwar die anderen Steine wegmachen können, aber... Ach, Mann. Machen wir es nochmal rum. So. Da ihr ja, dass ihr eh schon wisst, dass ich Bier trinke. Prost. Ja, wir müssen nur gucken, Spezialstein, das wäre wichtig. So ist schön. Das ist gut. Hm. Das ist auch gut. Ähm. Ich muss hier immer nur gucken. Wegen Spezialstein. Ja. Ja. Genau. Ich bin Spezial... Ich bin ein Spezialstein-Junkie. Die... Die mache ich mir hier im Arm, weißt du? Hier so... Weißt du? Die... Stecke ich mir mit einer Nadel im Arm und dann geht das. Halt's den, Paul. Das kriege ich doch eh wieder nicht hin. Ich muss einen blauen Stein kriegen. Ach nee, einen roten. Ah, rot. Hä? Hä? Alter, hör auf zu blinken. Ich weiß doch, dass ich verlieren werde. Ah, mein Vater. Alter. Alter. Ich hab mir was angelacht hier. Aber wo ich das privat gemacht hab, ging das eigentlich viel, viel besser. Aber es ist ja meist immer so, wenn man privat das spielt, dann ist es einfach, ist es einfacher, als wenn man im Let's Play davon macht. Das ist einfach so, das liegt einfach nur daran, wenn man sich auch, wenn man sich gleichzeitig, während man spielt, auf das Gespräch, was man hier so führt, dann muss man sich auch darauf konzentrieren und das macht's halt echt schwieriger. Und deswegen ist es gar nicht mal so einfach. Wenn das mit Zügen wäre, wäre es viel einfacher. Gelb. Gelb. So. Das hat mir schon geholfen. Das hat mir schon geholfen, etwas. Falsche Stelle. Auch falsche Stelle. Och man, ich werd das schon wieder verlieren. Ich werd das doch schon wieder verlieren. Das ist doch unerwartet. Das ist doch unerwartet. Halt's im All. Dein Vater hat 30 Sekunden. Meile Fresse. Man kriegt ja auch nichts ordentliches. Na gut, ich hab die einen weggekriegt. Aber wie soll ich das denn in 17 Sekunden noch machen? Das ist doch krank. Wie soll ich das denn noch machen, Alter? Das geht doch gar nicht. Ja. Blink dich zu Tode, Alter. Ganz ehrlich. Hm. Ja, meine Motivation, die sieht man mir an. Auf jeden Fall. Alter. Das ist so. Das ist wie Gronkh mit Grim Tales. Ganz ehrlich. Das, äh, ja. Alter. Ich bin so motiviert gerade. Aber gut, ähm. Man muss nur, wie gesagt, man muss hier nur Glück haben einfach. Das hat alles nur mit Glück zu tun. Und momentan hab ich keins. Wow. Auch wenn's anders aussieht gerade, aber... Aber hier ist alles so verteilt. Das ist echt blöd. Schau mal da eine weg. Ah. Mann, das ist doch krank. Schau mal das. Das ist noch gut. Und den noch das machen. Oh, jetzt hab ich... Oh, egal. 45 Sekunden. Hä? Wenn ich den jetzt zum Sprengen kriegen würde. Ja. Aber ich krieg die anderen jetzt wieder nicht. Halt's Maul. Ich krieg die anderen jetzt wieder hier nicht. Da ist noch was. Da ist noch was. Ich... Wie soll das gehen? Da müsste ich doch echt... Weiß ich nicht. Da müsste ich gelitten haben, wenn ich das... Wenn ich das noch schaffen will. Da müsste ich echt gelitten haben einfach. Ja, toll. Bringt mir aber nicht viel. Das bringt mir aber nicht viel. Hier muss man echt Glück haben. Da muss man echt Glück haben. Alter, das ist... Alter, das ist... Das ist mir doch nicht normal. Das ist doch krank. Kann was Gutes sein, muss aber nicht. Ich spekuliere hier gar nicht erst, ob das gut ist oder nicht. Das kann immer wieder was anderes bedeuten. Und warum habe ich das gemacht? Naja, gut. Was habe ich das gemacht? Da bringt das überhaupt nichts. Ah, Mann, ey. Sorry, dass ich so demotiviert wirke. Aber, Alter, das ist doch gelitten. Und warum habe ich den Zuberwürfel nicht machen können? Warum? Weil ich da einkriege. Ah, 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 ah. Genau da. Ah, 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 ah. Oh. Ah, das war eigentlich ein guter Zug. Das sah schon ganz gut aus. Das sieht auch ganz gut aus. Ich muss mich hier aber eilen. Das ist immer mein Fehler. Ich mache mir so viel Pause. Das ist immer so blöd. Das ist doch ein Düns. Das ist doch ein Düns. Genau. Und... 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 Das schaffe ich doch wieder nicht. Oder? Ah. Zwölf Sekunden. Zwölf Sekunden. Zwölf Sekunden. Zwölf Sekunden. Das schaffe ich nicht. Kannst vergessen. Dass ich ein Wunderwälder noch schaffen würde. Ne, schaffe ich nicht. Nein.